Ich weiß nicht, wie gut, aber nachdem ich dieses Buch hier, da bin ich aber wirklich sicher, dass es ihn gab. Ich glaube, dass Origin Heimler lebt aus einem heiligen Ort der Elfen. Ihr labert mir alle zu viel. Mein Gott. Die Zukunft, ist es so, dass alle Leute noch mehr labern als sonst? Ja, also mein Großvater war ein Ausgezeichnis, dieser Schwert hat kein Wort. Der lehrte mich folgende Technik, aber ich hab's nie wirklich hinbekommen. Oh Gott. Äh, gut, der Zettel ist halt da. Also... Oben. Links. Rechts. Attacke. Gut. Ja, und bitte lernen diese Technik und machen meinen Großvater stolz. Äh, der ist doch tot bestimmt, oder? Ah, ich heiße Emily und ich bin gerade in Gedanken. Oh, oh, okay. Okay, wo geht's dir denn lang? Oh, in das Gefängnis. Ey, hier sind keine Gefangenen. Ich find's dir total cool. Ja. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Da waren wir mal drin. Hier in dem Gefängnis, wo ich jetzt reinschließe. Da, ja, ja, ja. Ne, hier gibt's keine Gefangenen. Ist klar, ihr seid... Mann, hättet ihr mich eigentlich gar nicht einsperren dürfen. Äh. Äh, kann ich mit dir sprechen? Dir muss ich gar nichts sagen. Ich kann euch auch anschließen, dann sprecht ihr mit mir. Das ist ja interessant. Jetzt möchte ich nur noch mit dem da oben links, der jetzt ganz oben ist, sprechen. Kommst du runter? Scheiße. Kommst du runter, kommst du runter, kommst du runter. Komm mal runter. Komm mal. Ach. Nein, falsch hörst du. Sorry. Oh, da kommt er runter. Und? Nein, 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 nein. Er ist wieder weg. Jetzt kommt er runter. Bounce, bounce. Ich hab euch nichts zu sagen, alles hier. Gut. Gut, kein Geheimgang. So ein Dreck. Aber wieso? Hier sind keine Gefangenen. Hier sind Gefangene. Du blinde, dumme Wache. Blind, dumme, dumme, blind und wach. In Freeland Süden befindet sich ein großer, immer noch aktiver Vulkan. Jo. Oh, das hier ist eine Bibliothek. Harrison. Ausgezeichnet. Die Forscher aus Thor haben eine Maschine entdeckt, die einen seltsamen Wert auslesen kann. Ja, ja. Den man mit bloßen Augen nicht feststellen kann. Ja, ja. Wir glauben, dass die Maschine anzeigt, wie hoch die magische Aktivität in einem bestimmten Gebiet. Musik antiker Kulturen. Antiker Kulturen hört in anscheinend sehr seltsame Musik. Wir haben einen Tonträger mit den Aufschriften Goss, Punk, Techno und sogar Trip-Hop gefunden. Cool. Okay, also jetzt ist es offensichtlich. Die antike Kultur ist unsere heutige Zeit. Nur ein kindisches Tagebuch. Das Datum lässt sich nicht mehr erkennen. Heute war ein super Tag. Ich habe den schönsten Mann der Welt kennengelernt. Er sieht so verdammt süß aus. Ich wette, er könnte sogar ein Model werden. Er heißt Funk. Aber wenn ich in seiner Nähe bin, benehme ich mich wie der letzte Spasti. Ich kann mich dann einfach nicht kontrollieren. Ach Chris, warum merkst du nicht, wie sehr ich dich liebe? Habe ich irgendwas verpasst? Chris? Keine Ahnung. Chris Cross? Hm. Kultur Tors. Thor war aus technologischer Sicht die am weitesten entwickelte Kultur, die je unseren Planeten bevölkert hat. Wir glauben außerdem, dass die Menschen Tors sehr seltsame Rituale hatten und Formen der Magie nutzten, die wir nicht verstehen würden. Aha. Ey, verbotene Magie Nummer zwei. Vor langer Zeit existierte das Wissen, um mithilfe von Magie durch die Zeit zu reisen. Aber dieses Wissen ging vor Jahrtausenden verloren. Toll. Oh mein Gott. Ah, der König trinkt genau die gleiche Teemarke. Willst du auch mal probieren? Ich werde nicht gefragt. In Friesgill gibt es eine Kirche, die Fenriene gewidmet ist. Es ist eines der ältesten Gebäude in der Welt. Ich liebe diese Musik. Die Musik im Schloss sollte mal geweckt werden, meinst du nicht? Ach. Die klang gerade wirklich ein bisschen schräg, die Musik. Aber egal. Und endlich raus. Und die Fanfare ist weg und alles. Und hier. Ey, alles klar. Alles klar. Ja, gut. Wir können weiter. Äh. Habe ich überhaupt eine Aufgabe bekommen? Ich habe es vergessen. Mist. Ich habe es echt vergessen. Aber egal. Ich probiere jetzt meine neue Waffe aus. Wie heißt die nochmal? Ausrüsten. Langsperr. Klingt schwach. Haut aber mächtig reilen, wette ich. Die Musik ist so geil. Oh Gott. Jetzt. Hi, hi, hi. So. Oh, er schießt wirklich zweimal. Ist ja geil. Ach, wollt nochmal. Ja, auf kleine Erdenwesen. Wow, haut rein. Gut. Nochmal. Volt. Geil, Chester. Du schießt echt zweimal. Du geiler Bock. Wo? Ey, Chester. Der hat ja zweimal 800 Schaden gemacht. Und diesen Tod. Und 900. Guckt euch das an. Der schießt zweimal. 20. Was bitte? Zwei Fragezeichen. Und 20.000 Gold? Hahaha. Hahaha. Es war auch 9000. Ja, ich weiß. Aber. Oh mein Gott. Fragezeichen Buch und Rundflasche. Pornoheft. Pornoheft. Geil. Hahaha. Wir haben schon vier Pornohefte. Hahaha. Hahaha. Ah, ist ein schönes Spiel. Ah, herrlich. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Äh. Oh, ein Hafen. Ja. Auf zum Hafen. Oh, Möwen und Krabben. Meine liebsten Geschöpfe. Irgendwelche Schatztrohen. Nein. Krabbe weg. Schatztrohe. Nein. Aber ich musste doch jetzt gar nicht mehr. Du, du, du. Ich will ein berühmter Schatzsucherjäger werden. Bla, 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 bla. Äh. Ach, Chris, da ist er. Da ist Chris. Beatrix und ich wollten zusammen verreisen. Jetzt, wo ich den Duft des Meeres rieche, werde ich traurig, denn sie hat mich verlassen. Oh, Beatrix, komm zurück. Final Fantasy 9, die Beatrix, gibt's auch, oder? Ja. Ja, ihr sucht ja sein Schiff nach Freeland. Ja, zusammen mit Verpflegeversicherung 80. Gebt's verständlich. Macht das ja. Komm, wir haben jetzt so viel Geld, jetzt können wir uns auch eine Schiffsreise leisten. Ja. Badabum. Geil. Total unnütz. Hätte ich auch rüberfliegen können. Scheißrau. Yeah. Krabben. Und, ja, hier unten, ist richtig. Ja. Wie spät haben wir es? Sehr gut. Kurz vorm 8. Halb 8, um genau zu sein. Also, aber kurz davor. Und jetzt kaufen wir hier nochmal alles ein. Ja, ja, ja. Die Musik ist immer noch dieselbe und ist immer noch genauso scheiße heiß. Und hier ist ein Kreuz. Psst. Endlich schläft sie. Okay. War da jemand? Hab ich jemanden nicht beachtet? Kacke. Mist. Okay, Waffenladen. Ja, also das ist immer mein Aodinsladen. Land. Achso, Laden. Ja, hier, Odin. Ich verkaufe Waffen. Ob ihr es glaubt oder nicht? Aber das ganze Land wurde früher von einer dicken, scheechgrünen, saftigen Graf bedeckt. Als Odin aber nach dem Krieg mit Fenrir vollständig zerstört wurde, verödete das Land und die Wüste verbreitete sich aus. Okay. Justin Timberlake. Ich habe eine Menge Güter aus Alvinista importiert. Ich kann überhaupt nicht singen wie er. Überhaupt nicht. Niemand kann so singen wie Justin Timberlake. Aber muss man ja auch nicht, weil das wäre ja grausam. Äh. 100.000? 100.000? Komm, machen wir was. Komm, 100.000. Ja, ja. Bis dann. Scheiße, ich habe irgendwas... Okay. Oh mein Gott. Oh mein... Flammenschwert. Diese Klinge verbrennt ihre Opfer mit einer... Naja, immerhin, ne? Scheiße. 100.000 ausgegeben für nischt. Kacke. Also? Nein. Nein. Ja. So. Schön. Ah. Weiter geht's, weiter geht's. Fischer, überall Fischer und mein Spiegelbild reflektiert im Wasser. Juhu. Und noch ein Laden. Laden, Land, keine Ahnung. Eine alte Frau. Ähm, äh, 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 nicht, weil hier steht ein Turm, wo der wohl Lava umgeben ist. Noch niemand ist die Benni von dort zurückgekehrt, Kindchen. Aber man munkelt, dass dort fantastische Schätze auf ihren Decker warten. In den Turm, ja? Okay, in den Turm. Dann, äh, irgendwann gehen wir da mal hin. Äh, ich möchte hier ein Ei kaufen. Der Tier ist ja heute Morgen frisch gelegt. Das kostet 80. Ja, danke. Haben wir jetzt ein Ei bekommen, oder was? Ei. Ein Ei. Eine der Zutaten für Odin. Okay. So langsam können wir, glaube ich, ein Odin machen. Hm. Muss ich später ein Odin machen? Oh Gott, was ist das denn? Wer bist du denn? Sieht aus wie ein Grafikfehler. Cat. Ja, wir stellen unsere Medikamente hier alle selbst her. Für uns ist das eine sehr wichtige Tradition. Verstehst du? Okay. Mandy. Oh Gott. Wie redet eine Mandy aus Kreuzberg? Ja, ich hab hier, oh, wisst du, eine große Auswahl, ja? In Medizin, ja? Nur für euch auf Lager, ja, ja, ja. Habik, 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 alles. Schwachsinn. In diesem Dorf, ja, scheint sich nie etwas zu ändern, du. Aha. Äh, du, die, die meisten Monster, in den Höhlen südlich von hier, sind gegen Feuer immun. Deswegen hab ich auch das geile Flammenschwert erhalten, ja? Brett, immer noch. Brett, warum immer noch? Warum lebt der denn noch? Hammer, 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 hammer. Nicht. Nichts, das haben wir doch. Silbercape, hammer, 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 hammer. Ah, blablabla, blablabla. Oh Gott, mein Geld ist gleich weg, Leute. Ich hab nur noch 26.000, das ist gar nix. Scheiße. Ganze Geld, wo ist das auf einmal hin? Ja, ich hab mir nicht die Waffe kaufen sollen. Scheiße. Oh. Äh, 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 in der Nacht. Gott, das ist hier. Okay. In der Nacht. Moment. Oh, ey, ich mach zu viele Stimmen. Ist nicht gut für meinen... Nein, das ist... Das tut dir ein wenig weh in... In der Halse. Oh, du. Ich hab ein Geheimnis für dich. Oh nein. Gut. Was soll das? Warum ist das jetzt so? Unten rechts. Unten. Unten links. Oben. Attack. Oh Mann. Ich muss die mal alle ausprobieren jetzt langsam. So. Der leichteste ist oben...